Bei einem Brand in Erxhausen hat es am Donnerstagmorgen drei Verletzte gegeben. Gegen 6.30 Uhr war in einem Stallgebäude mit Rindern Feuer ausgebrochen. Man hat dann versucht, seitens des Betreibers, wie das so ist in dieser hektischen Phase, diese Rindviecher zu retten, die doch sehr selten auch den Stall verlassen. Das war entsprechend schwierig, sodass leider mehrere Rinder verbrannt sind hier an der Einsatzstelle. Zur Brandursache können wir im Augenblick noch nichts sagen. Die Brandstelle ist beschlagnahmt, das heißt also, die Kollegen von der Kriminalpolizei werden dann die Brandstelle untersuchen. Im Stallgebäude verbrannten auch mehrere Landmaschinen. Schätzungen beziffern den Schaden auf 100.000 Euro. Schätzungen beziffern und Böden